Hi Freunde! Willkommen zurück in Terraria mit dem Eggballon Mod. Ich habe gerade eine Rüstung gebaut, die man nicht wirklich sieht. Hier unser Jelly-Fish-Necklace. Gold Hackehahn, Gold Axt, Gold Schwert. Da ist auch noch was. So, das wollte ich ja vorhin schon mitnehmen, glaube ich. Oder nicht? Gut, jetzt sehe ich natürlich nichts mehr. Auch egal. Komm wieder rüber? Nein. Lass da noch weg. Okay. Da oben gibt es nichts, aber hier. Gut, machen wir da eine Pfackel hin. Okay, und da ist noch egal. Scheiß Kupfer. Ich denke, ich gehe jetzt wieder nach ganz unten. Da ist ein Pilz. Nein, ich wollte doch da rüber. Ach, scheiß Ding im Weg. Aber das ist ein Teal-Mashroom. Ein Magic-Mashroom. Salat. Können wir bald machen. Komm her, Arschi. Okay, da ist auch noch ein Arschi. Da kommt noch ein Arschi. Da kommt noch ein Arschi irgendwo da. Komm her. Zu spät. Kommst du? Oder hast du Angst vor mir? Ich glaube, der hat Angst. Ich glaube, der hat Angst. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo... Ach, da bin ich abgekratzt. Okay, dann bin ich ja richtig. Ich habe kein Gold verloren. Freut mich auch noch. Naja, ich hatte bestimmt nicht mal Gold dabei. Stimmt, jetzt hätte ich eigentlich auch alles oben einladen können. Oder habe ich alles verloren? Ich glaube, ich habe alles verloren. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Und wieder runter. Ach, das ist schon auch... Ein Scheiß hier! Darf nicht laufen, wenn man hüpfen will. Das geht auch runter. Wie weit geht es denn da runter? Okay, passt. Da unten gibt es, glaube ich, nichts. Nein. Da gibt es nichts. So. Dann gehen wir wieder hoch. Und rüber. Und wieder so ein goldenes Scheiß-Ding. Da wollte ich, glaube ich, nicht rüber. Wo wollte ich denn hin? Darüber. Wo bin ich hier? Wenn ich da jetzt aufmache, dann macht es blub, 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 blub. Aber egal. Da unten ist eh genug Wasser. So. Okay. Ja, das... Das klappt, glaube ich. Ich habe gerade gesehen, wie das kurz hoch und wieder runter ist. Läuft es noch alles darüber und dann irgendwann... Jupp flutet da langsam alles. Das ist fast abgekratzt oder abgesoffen. Das ist nur ein gelbener, kein goldener, der so extrem viel Leben hat. Dummes Stück. Da hinten ist noch ein Arschi. So, der Arschi ist tot. Todes Arschi. Das habe ich gerade schon in der Leertasche nicht gefunden. Ich dachte, was ist jetzt los? Das ist gerade die größte Tasche, die auf der ganzen Tasche sind, finde ich nicht. Wollte ich da runter. Doch, da wollte ich runter. Ich glaube, ich gehe da rüber, oder? Ja. Ein bisschen hoch, sodass ich noch Luft kriege. Obwohl, ich hätte auch da runter können. Darüber und dann runter. Ach komm, ich mache da rüber. So, da kommen wir ein bisschen was runter. Aber was solls. Verdammter Scheiß. Na ja, da kommt der ganze Scheiß halt auch runter. Wenn ich es auch gleich habe. Ich mache so. Ah, ich weiß nicht. So viel ich habe so. Jetzt nicht mehr. Ja, du hast es zumindest vor, aber leider nicht geschafft. Du Arsch, Mystical Claw. Ach, da ist wieder so ein Arsch. Silbermünze und Kupfermünze. Okay, ich gehe da runter und dann da rüber. Da runter und dann rüber. Piranha. Oh, scheiße. Ich will nicht abkratzen. Stirb, stirb. Gut. Ach, verdammend auf die Piranha, scheiße. Ja. Ei, ei, ei. Es überflutet ja bald eines. Okay, wo wollte ich denn jetzt hin? Darüber. Da komme ich aber nicht rüber. Da? Ja, da könnte es klappen. Da klappt es auch. Verdammte Scheiße. Wo kam das Ding her? Alter. Wieso ist da schon wieder ein Loch? Ich habe es doch erst letztendlich zugeflickt. Mann! Das Ding kam aus dem Nichts. Oh Mann! Komm her! Komm her! Komm her! Ja. Die Dünger können jetzt auch schon Boden wegtraumen. Rückenflash. Oh, na. Oh, na. Ei, 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 da gibt es eben noch ein bisschen Zombie-Gemetzel an der Chart. Für was sind diese scheiß ganzen Charts da? Ein bisschen Geld sammeln, hehe. Nicht, wenn ich so ein Netz hätte, dann könnte ich jetzt die Dinger fangen und dann könnte ich danach angeln gehen. Da springt sogar ein Frosch rum, oder das ist ein Grashüpfer. Grashüpfer. Wie viel Leben habe ich noch? So, das reicht jetzt langsam aber auch. Okay. Ich glaube, das mache ich auch noch höher. Hier. Ach, okay. So geht da nichts hin. So geht da nichts hin. Wollen wir weg? Kann schon sein. Das sieht aber scheiße aus, ich brauche einen Hammer. Jetzt geht auch was hin. Das kann ich auch wieder weg machen. So. Das Stück. Jetzt kann ich theoretisch auch mal da runter gucken. Hm, da gibt es nichts. Was gibt es da drüben? Gibt es auch nichts, glaube ich. Gibt es auch nichts, glaube ich. Was gibt es da unten? Was gibt es da unten? Scheiße, ich brauche vielleicht eine Fackel jetzt. Okay, da geht es nichts. Hm, 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 hm. Und Schnee. Da gibt es, äh, da gibt es was. Heißfagel. Okay, 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 okay. Seile. Da unten gibt es noch den Archie. Hoppala. Okay. Münze, 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 Münze. Heißfagel. Schuriken. Was ist ein Isisle? Elf Fernkampfschaden. Sehr schnell, sehr schwacher Rückstoß. Ach, das war nur so ein Ding da zum Werfen, ach so. Na dann. Dann ist Sam weg. Wen juckt's mich nicht. Und ein Pinguin. Der muss sterben. Genau wie das da. Da unten gibt es auch noch das hier. Ähm, öpp. Ach, das war auch nicht geplant, egal. Ähm, öpp. Ähm. Ähm. Okay, dann so. Was gibt's da drüben denn schönes? Kupfer, oder? Kupfer, oder? Und noch mehr Höhle. Und noch mehr Kupfer. Hm, ach komm, egal. Rollen wir auch. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Ach egal, ich brauch... Der ist da. Fucker Schießer? Ähm, ja. Egal. Okay. Okay. Gibt's aber nix. Da gibt's noch ein bisschen was. Aber ich glaub, das Leck hier kann mich jetzt am Arsch lecken. Erstmal. Ach, komm, geh weg. So. Auch Kupfer. Na ja, egal. Und, da gibt's auch noch ne Höhle. Hätte ich das Kupferzeug jetzt nicht weggemacht, dann hätte ich die Höhle auch nicht gefunden. Und ein Herzlein. Und... Irgendwas. Verdammt, geh doch da irgendwo hin. So, geh das Zeug nicht da hin. Bleib doch mal da hängen. So. Geh doch. Da ist da auch noch irgendwas. Aber ich glaub, das ist wieder nur Metall. Ähm. Falsch wieder da stehen. Ha. Was ist denn da drüben schönes? Okay. Dings da. Da. Gleiche wie da oben. Lied. Ich jetzt was sehen wird. Ach, lass ich's liegen. Fertig. Kein Bock jetzt da rüber zu puddeln. Öppala. Soll ich jetzt da aufmachen? Ach. Ich glaub ich mach jetzt erst mal nen Cut. Und danach mach ich da auf. Schau mal da runter. Ob wo er kommt. Das mach ich mir jetzt noch kurz auf. Bisschen was überfluten. Macht immer Spaß. Ah. Fagel. Äh. Okay. Die liegt im trockenen. Das passt. Der Fluss läuft noch. Bis hierher. Ach egal. Dann leck mich doch. Wenn du nicht willst. Hm. Ach. Ich will nicht darüber. Ich will nicht darüber. Ich will nicht darüber. Ich will dann nach oben wieder. Genug Höhle erforscht. Die noch abholen. Darin vielleicht noch kurz hingucken. Oh. Okay. Ich will noch weiter runter. Aber in der nächsten Folge. Bis dahin. Wünsch ich euch viel Spaß mit meinem Kanal. Und ja. Bis morgen. Tschüss.